Servus und herzlich willkommen zurück zum Terranigma Let's Play, der 14. Part. Jo, und das ist der letzte Part, den ich vorproduziert habe oder werde, denn wenn du das alles hier gesehen hast, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder von meinem Urlaub zurück. Und ja, deswegen wird die nächste Folge vielleicht ein kleines bisschen anders werden, da ja 14 Tage dazwischen liegen werden. Aber hey, ich denke mal, wir werden da wieder ganz gut reinfinden. So, wir waren letzte Folge in Luran und haben die zickige Melina gefunden. Und wir haben auch den Tipp erhalten von Hedi und von Mayo, wir sollen bei den Nomaden mal vorbeischauen, die wissen, wie sie uns helfen können. Dann gucken wir mal. Das sind die Guten. Was sagst du? Eine Nachricht von Mayo? Uns ist das Ketchup ausgegangen. Wir stehen tief in Mayus Schuld. Jeder Freund von ihm ist auch unser Freund. Du möchtest die Todeswüste durchqueren? So höre meine Worte. Geh Richtung Westen bis zu den drei Steinen. Von dort geh weiter nach Süden, bis du erneut Steine erreichst. Zieh dann nach Nordwesten und von den Schädel aus nach Norden. Boah, kann ich mir das merken? Der Ausgang ist am Riesenschädel. Wenn du meine Anweisungen folgst, wirst du die Wüste heil durchqueren. Boah, also nochmal. Das muss ich mir jetzt dann merken. Westen, also links, drei Steine. Runter, neue Steine. Nordwesten, Schädel. Und dann Norden. Ja, wir probieren es jetzt einfach. Ich meine, wenn wir zugrunde gehen, dann spawnen wir bloß wieder zurück am Ende, hoffe ich. Oder es wird das Ende des No Death Runs. Also, Nord, erst mal nach Westen, bis man drei Steine findet. Eins, zwei, drei. Süden, bis man wieder Steine trifft. Jo, und dann Nordwesten. Ist das scheiße, so zu laufen. Was soll denn da kommen? Ach, ne, man stirbt da nicht. Okay, nochmal. Also, Westen bis zu den Steinen. Süden bis zu den Steinen. Nordwesten. Nordwesten ist doch oben links. Vielleicht habe ich auch nur hier irgendwas verpasst. Und dann nach Norden. Aber wann nach Norden? Ne, ich quatsche nochmal mit dem Cowboy. Also, Richtung Westen bis zu den Steinen. Hat geklappt. Dann weiter nach Süden. Und dann Neusten. Haben wir auch. Zieh dann nach Nordwesten. Von dem Schädel aus nach Norden. Also ein Schädel muss da liegen. Nordwesten. Der Ausgang ist ein Riesenschädel. Also, Nordwesten müssen wir einen Schädel finden. Ich habe nichts gesehen. Und wir sind auf Nordwesten gelaufen. Aber machen wir das halt nochmal. Wahrscheinlich haben wir das um einen Millimeter verfehlt. Und wir sind dann zu weit aus dem Screen gekommen. Und von dort aus nordwestlich. Ich suche mal das Gebiet hier ein bisschen großflächig hier ab. Aber jetzt wartet einmal. Wenn ich jetzt hier westlich gehen soll. Dann südlich. Nordwestlich. Ich gehe jetzt gleich mal nordwestlich. Vielleicht kann ich das ja umgehen und finde so den Riesenschädel. Also muss ja mehr da oben sein. Wenn es ja nochmal nördlich geht. Nee. Doch? Scheiß auf deinen Schädel, Alter. So. Wo sind wir denn? Wir sind... Sind wir in Europa? Oh, dahinten ist die erste Burg. Ich freue mich. Balkan. Aha. Ja, wir sind in Europa. Gehen wir zu den Wikingern. Au. Molli. Nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen... ...in ein schönes Land namens Frankreich. Genauer gesagt in die Stadt Loire. Und Loire... Es ist eine fiktive Stadt und soll, glaube ich, so sämtliche Städte aus Frankreich repräsentieren. Und hier haben wir einiges zu tun. Zuerst würde ich sagen, zuerst würde ich sagen, quatsch mal mit dem Dulli hier. Du armer Teufel hast doch nicht vor, die Prinzessin zu heiraten. Haha, erspart dir das. Du wirst dich nur schrecklich blamieren. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Hier ist ein Wettbewerb, wer die Prinzessin heiraten kann. Hm. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ein Händler. Uh, was ist das? Kaufen wir das? Das kaufen wir. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber schauen wir mal. Was habe ich da jetzt? Silbersperr. Perfekt. Der wird uns im nächsten Level sehr nützlich sein. Und bei dir decke ich mich jetzt mal wieder mit meinen Knollen ein. Ja, mal 8 reichen uns. Mal 4. Wenigstens sind die Knollen. Davon nehme ich jetzt auch mal wieder ein bisschen was, weil Vergiftung war jetzt nicht so toll. Ja, davon nehme ich jetzt auch mal 2. Besser ist das. Hast du auch noch eine Rüstung für uns, Kapo? Ja, hat er, aber zu teuer. Na gut, Rüstung werden wir wahrscheinlich noch irgendwo finden. Was haben wir denn hier drinnen? Schauschwester, es ist Rob Wood. Nein. Das ist nicht Rob Wood. Tut mir leid, mein Bruder hat einen Fehler gemacht. Rob Wood ist ein Dieb, der dennoch, und aber dennoch hat er ein gutes Herz. Rob Wood nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Rob wurde im Schloss gefangen genommen. Ich bin sehr besorgt. Na, kennt ihr den guten Mann? So. Das meinte ich in der letzten Folge, das ist nicht die letzte prominente Person, die wir in dem Spiel treffen werden. Marcel. Hallo, willst du eines meiner Gemälde kaufen? Oh, nein. Später vielleicht mein guter. Und ab jetzt ist es der Teil, der mir am besten in dem Spiel gefällt. Einfach die Interaktion wieder mit den NPCs und, ja, wir werden auch mal so die ein oder andere Nebenquest wahrscheinlich machen. Im Norfesterwald wohnt der Teufel, so sagt man. Jeder, der den Norfesterwald betritt, kommt nicht mehr heraus. Vielleicht sind die Gerüchte wahr, dass dort Geister herumspuken. Ja, geh mal davon aus. Ähm. Was haben wir denn hier noch für Häuser? Ist hier kein Hotel oder sowas? Ah, sehr guter Mann hier. Sehr guter Mann. Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der König hat für diese Stadt sehr strenge Gesetze erlassen. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ja, und das ist so ein kleiner Clou von Terranigma. Man kann hier Städte entwickeln später. Und das macht das Spiel nochmal so ein bisschen liebenswert, weil, ja, wir sind nicht nur damit beschäftigt, die Erde zu retten und Tiere, Pflanzen, Menschen zurückzubringen, sondern auch die Menschheit zu entwickeln. Und da freue ich mich in einem späteren Abschnitt darauf, das zu machen. Willkommen in Lusines Hotel. Wein für unseren Gast. Wir bieten dir exotische Musik und heiße Tänze. Dieser Service ist allerdings nicht gerade billig. Im Ganzen macht das... Eine Million Taler. Bezahlt wird im Voraus. Du scheinst etwas verwirrt zu sein. Ich zahle nicht. Was? Was ist los mit dir? Unsere Preise sind doch wirklich toll. Du kannst Schulden auch abarbeiten. Los, bezahle. Eine heroische Musik. Ich habe mitgehört. Das tut deine Hände im Spiel. Du kennst ja meine Warnung. Denke zuerst nach, bevor du es bereust. Oh, stimmt. Das ist unser Spezialservice. Dies ist eine neue Idee. Erst erschrecken und dann der tolle Service. Interessant. Ich werde diese Art von Werbung am Volke nahelegen. Dem Volke nahelegen. Lady Feeder, bitte. Äh, bitte. Danke. Zwinker. Diese dumme Sache tut mir wirklich leid. Aber nicht jeder hier ist so. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Wenn du Melina heiraten willst, dann begib dich morgen zu ihr. Ich hoffe, ich habe die Stimme jetzt ein bisschen authentisch rübergebracht. Aber ich wusste nicht, wie ich mit einer Kriegerin sprechen soll. Ich habe vielleicht auch noch an Kathi Kahnbauer gedacht so. Hallo, Frühstück für Kathi. Aber das war ein wenig zu arg für meine Stimmbänder gewesen. Gut, es tut mir leid. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich will meinen Kopf nicht an Lady Feeder verlieren. Erstmal was trinken. Hat er jetzt dahin gekotzt? Ja, hat echt voll auf den Boden gekotzt. Gut. Ich würde sagen, diesen Service nutzt mir auch. Oh, hier ist auch ein Tintenfass für später. Da ist ein Hund. So, der nächste Tag. Dann gehen wir doch mal zum Schlosshotel und schauen mal, ob da alles in Ordnung ist. Und vor allem, es kam eine Melina zur Sprache. Interessant. Diesen Namen haben wir doch schon mal gehört. Ah, endlich Schlösser. Endlich Burgen. Und diese majestätische Musik. Mein Fall ist die Prinzessin nicht. Sie benimmt sich wie ein Püppchen. Sie spricht kein Wort und ist total arrogant. Wenn man sich jetzt hier durch die ganzen Dialoge mit den Soldaten durchwälzt, kann man noch so ein bisschen, ja, Hauptstory mitbekommen. Aber das erspare ich dir jetzt, mich durch zig Textboxen zu klicken, sondern ich werde... Kleinen Moment. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht! Wenn das der König hört, lässt er Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke, nur logisch. Psst! Ja, bevor ich mich da durch zig Textboxen hier klicke, werde ich die Story, wenn es dann nötig ist, hier und da erläutern. So, ich möchte mich jetzt aber zum Thronsaal begeben. Aber da sind wir anscheinend ganz falsch. Im ersten Stock. Weil ich denke mal, dass das der Thronsaal sein wird. Bist du ein Hochzeitskandidat? Ja, genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich! Sei still! Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Blödi! Das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts so ist, oder? Die finde ich so geil. Ja, ihr habt ja aber auch alle Chancen mit euren Korthosen da, ihr Dullis. Wenn ich der Mann der Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Geh mal davon aus. Ich verliere nie, wenn es hart auf hart kommt. Hohohoho! Na, ich bin gespannt. Ist die Prinzessin hübsch? Ich hoffe es. Hallo? Es gibt auch andere wichtige Merkmale an einem Menschen außer Schönheit. Ein Mensch muss auch von innen schön sein. Naja. Hey Kleiner! Du willst der Gemalt der Prinzessin werden? Hm, hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark noch klug und gutaussehend. Keine Chance. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau nicht böse, es steht ihr einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Gegen mich bist du chancelos, Hosenmatz. Hey! Mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Tja. Nimm das, Roy. Ihr seid aber auch Zwillinge, oder? Seine königliche Majestät, der König. Benimm dich. Verzeihung, Herr. Würde es sich die Kugel geben. Willkommen! Der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich. Für die Prinzessin und für unser Land. Da bist du. Nein, falsch Stimme. Da bist du. Ah, scheiße, jetzt kriege ich die Stimme nicht mehr hin. Ich lese es ganz normal vor. Da bist du. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Eine bekannte Musik. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar dein Name ist gleich. Was geht hier vor? Sie ignoriert mich. Himmel! Nicht wie meine Melina. Hm. Ja, sie spricht nicht mit uns. Kann man nichts machen. Also werden wir hier nicht das Königreich erben. Prinz werden oder später König. Melina heiraten. Und wir dann glücklich und zufrieden bis in alle Ewigkeit leben. Bis das Brotmesser uns schneidet. Äh, der Tod uns scheidet. Jo, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Tag? Hm. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Schabernack treiben können. Jetzt sind wir wieder im Quartier. Aber es wäre schön, wenn ich ein bisschen Informationen bekommen würde, was hier los ist. Äh, was ich hier machen muss. Ich habe nämlich jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt hier rum irre. Hm, Lager waren wir schon. Quatschen wir mal mit der Tussi hier. Sei vorsichtig. Es wäre schlecht, wenn jemand etwas hineingäbe. Ah ja. Ah! Ja, stimmt. Da war was. Aber muss ich das jetzt schon machen? Ich könnte aber auch nochmal versuchen, mit Nroi zu reden. Ja, da ist er ja noch. Na? Da gibt man dein Bestes. Obwohl es umsonst sein wird. Ja, habe ich doch schon. Himmel, Arsch und Zwirn. Hm. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach den folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter der Prinzessin her zur Prinzessin passen. Ja, Gott sei Dank gibt ihr ihn jetzt so einen alten Tatterkreis. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin heilt, soll der Ehemann werden. Um die Prinzessin zu heilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Alle Kandidaten stehen eine gewisse Zeit zu, ein Heilmittel zu finden. Verstanden? Nun, ich soll also ein Mittel gegen die Stummheit der Prinzessin finden. Genau. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Okay. Tja, was machen wir denn jetzt? Hm. Ach. Jetzt muss ich mal wieder überlegen. Hat man das in einem Dialog erfahren? Schauen wir mal nochmal zu dem Quartier der Soldaten. Ich glaube, da könnten wir unter anderem... Da geht es ja auch nochmal rein. Ach, das ist der Kerker. Und wie wir wissen, ist ja der gute... Rob Wood inhaftiert. Ist der das? Hey Leute, ich hätte ihn wenigstens grün anziehen können. Nur keine Angst. Komm doch auf ein Schwätzchen rüber. Ich bin ein berühmter Dieb, aber verstehe das nicht falsch. Ich nehme nur von denen, die zu viel haben und verteile es gerecht. Ich tue doch nichts Verbotenes, oder? Was meinst du dazu? Ja, was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal ein bisschen außerhalb rum. Hm. Also es wäre echt schön, wenn mir jemand sagen würde, was ich jetzt als nächstes machen soll. Gehen wir mal da hoch. Mal auch immer so die ganzen Bäume abklappern, weil manchmal kommt man da an Orte, an die man nicht gedacht hätte. Ha, wie hier zum Beispiel. Moos. Was gibt es hier? Eine Truhe. Eine Götterknolle. Das ist das höchste Heilmittel, das wir hier haben. Aber war das jetzt schon alles? Da geht es nicht weiter. Hm. Scheinbar. War da noch was? Habe ich jetzt da was verpasst? Ein Steinpilz. Doch, ich wusste, ich habe noch was blitzen sehen. Und ja, ich weiß zwar grob, was ich machen muss, aber ich weiß auch nicht, ob das Event dafür freigeschalten ist. Und zwar diesen Pilz, der hilft uns, dass die Melina widerspricht. Aber schauen wir erstmal da noch rum. Noch fester. Das ist das nächste Dungeon, aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Wo gehst du hin? Doch nicht etwa in den Wald? Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Was machst du da, Roy? Interessant. Ja, dann gehen wir doch nochmal... Hatte die Dienerin nicht gesagt, es wäre schlimm, wenn da etwas reinfallen würde in den Topf. Und genau dafür brauchen wir den Pilz nämlich. Ich hoffe bloß, ich kann das jetzt schon machen. Moment. Lehen wir das Ganze mal an. Steinpilz. Möchtest du das auswählen? Natürlich möchte ich das. Ich möchte, dass etwas hineingeht. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Ja, nehm doch mal meinen Pilz an. Hier. Ich glaube, ich muss den Pilz noch verarbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ja gut, war das hier mal eine sehr dialoglastige Folge und wenig Action, aber das ist auch in Ordnung, weil mir die letzten zwei, oder die eigentliche, meine letzten Folgen eigentlich so fast nur am Kämpfen waren. Ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge genauer hier den Ort an und vielleicht finden wir einen Weg, da diesen Pilz zu verarbeiten. Und ja, es wird für mich jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis ich weitermache, denn ich haue jetzt ab in den Urlaub und ja, du wirst ja sehen, ob ich halt zurückgekehrt bin, wenn ja, es am nächsten Tag ein neues Video gibt, aber ich bin jetzt mal guter Dinge und ja, wünsche dir alles Gute und bis morgen, hoffe ich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020